Und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Wildshade, was ihr oft auch gerne mal sehen wolltet. Aber leider bin ich wieder auf Level 1 und ich habe gar keine Ahnung warum ich wieder auf Level 1 bin. Normalerweise war ich schon Level 30 oder so und ich hatte ja schon viele andere Zuchtpferde gehabt. Aber ich weiß nicht warum ich wieder auf Level 1 bin. Und wir machen mal ein Rennen und ich habe keine Ahnung warum mein Level wieder auf Null ist. Und ich wieder alles von vorne anfangen muss. Das macht mich traurig, weil ich hatte so viele Pferde, die coole Farben hatten und ich die gezüchtet habe. Und ich kann noch nicht das leiden, weil das kriege ich echt ein bisschen später. Ich muss ja jetzt ein bisschen ohne das Leiden machen, weil ich das einfach noch nicht kann mit meinem Pferd hier. Deswegen muss ich das leider noch so reiten. Und das leckt halt auch nicht mehr so. Am PC ist es ein bisschen ein Problem, dass es halt sofort anfängt zu lecken, weil es natürlich nicht fürs PC gedacht ist, sondern fürs Handy. Und da ich jetzt einen Rekorder habe, den ich ja auch nehme, ist es viel besser. Und ich muss mal schauen, wie ich da auch noch live streame. Man kann auch über Handy auch live streamen. Aber ich habe da noch keine Ahnung. Ich habe noch nie mit Handy hier im Spiel live gestreamt. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Irgendwie muss ich wahrscheinlich mit YouTube verbinden oder sowas. Und dann auf Handy in die live gehen. Aber ich denke, Ritechate macht nicht mal lieber Videos, weil das ist nichts anderes außer Rennen. Und die kleinen Spiele da. Aber werde ich auf jeden Fall eher Video machen. Und ja, weil das ist halt nur leveln, leveln und so und reiten. Und oh, hat jemand sich aber hingelegt, aber vom Feinsten. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung. Ich habe einen Ton auf jeden Fall leitere, weil es am Anfang immer so laut ist. Ihr müsst sagen, ob es noch zu laut ist, wenn ich das Video hier hochlade. Auf YouTube natürlich. Und was wollte ich noch sagen? Habe ich mal vergessen zu sagen? Nö. Und wir werden auch zum ganzen Schluss einmal züchten. Und hoffen, eine andere Farbe zu züchten. Weil ich will eigentlich die Farbe haben, die ich eigentlich schon mal hatte. Und jetzt schnell. Das ist das Ziel. Schnell, schnell, schnell. Ach, das ist so doof, wenn man noch nicht leiden kann. Aber immerhin haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben fünf Sterne geschafft. Und die Zeit war sehr, sehr gut. Und ich habe fünf Mondmünzen gewonnen, oder bekommen. So. Aber ich werde nicht so lange aufnehmen. Ich sehe, drei Minuten schon. Wow. Drei Minuten. Holen. Holen. Genau. Ich schiffen, kriege ich es ab Level 5. Das ist natürlich doof. Ich gucke mal, was im Zucht momentan für Pferde sind. Ich kann nämlich... Sagen wir mal, ich kann... Wie viele Stelle kann ich... Wie viele Stelle habe ich... Einen. Ich kann einen züchten. Ich kann einen Pferd züchten. Welche ist momentan? Sehr, sehr gut. Ich gucke mal. Oh. Der ist schön. Aber... Oh, der ist auch schön. Vielleicht kriege ich den da. Züchten. Vielleicht kriege ich den da. Mit der... Mit der... Mit der Kringel. Habe ich bekommen? Oh mein Gott. Was für ein Lack, ey. Ich habe so ein Glück. Oh mein Gott. Ich habe die Farbe bekommen. Das war einfach reines Glück. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich die Farbe bekomme. Also die Färbung hier. Ja. Guck mal. Das ist genau 1 zu 1 gleich. Voll geil. Sehr gut. Dann haben wir jetzt ein weiteres Pferd im Stall. Und... Das ist doch... Blaze. Der gute Blaze. Ja. Was haben wir denn hier? Finde ich voll cool. Aber erstmal wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es gefällt euch das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und ich hoffe, ihr freut euch wieder, dass ich mal vielleicht regelmäßig wieder Wildcheck-Video mache, über das Handy. Und mein Handy geht gleich schwarz. Ich muss, glaube ich, mal einstellen, dass es länger aufbleibt. Mein Handy. Also dann, was gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.